Was ist für mich eine klare Antwort? Nein, das ist für mich eine klare Antwort. Wir haben die Zielsetzungen so ausgerichtet, im Projekt oder in den Gegebenheiten angepasst. Möglichst wenig Pächter oder Haugpiste zu suchen. Möglichst wenig Parzellen pro Pächter. Wenn es nicht muss, keine Fläche unter einer Hektar, ausser dass sie durch natürliche Begrenzungen wie Wege oder sonst irgendetwas. Und möglichst kurze Anfahrdistanz, was eine wichtige Zielsetzung war, von dieser Landwirtschaft, von mir her ganz klar. Wir brauchen kein zusätzliches Land für Bewirtschaftungswege. Das ist uns mit dieser Einteilung optimal gelungen. Für mich auch nichts. Es ist eigentlich ideal abgelaufen. Man muss es vielleicht aber auch erwähnen, vielleicht im Vergleich zu anderen Arrondierungen, die man vielleicht in der Schweiz macht oder möchte, wir sind natürlich auch einige Grundeigentümer. Wir haben eigentlich kein zweites Grundeigentümer, der fragen, ja, machst du auch mit oder machst du nicht mit? Und was kostet es und was komme ich über? Ich glaube, das ist sehr ein zentraler Punkt.